So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon GO und wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet. Erstmal kurz vorweg, Schabe eben den Anruf des Schreckens bekommen, aber darüber möchte ich noch nichts sagen. Ich möchte erstmal gucken, mal warten, wie das jetzt heute noch zu Ende geht und wie sich dann da jetzt entschieden wird und wie das jetzt nun abläuft, dann kann ich euch vielleicht auch was sagen und dann werdet ihr mich wahrscheinlich die nächsten Tage mehr sehen, als euch lieb ist. Oder gar nicht mehr. Oder weniger? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat es mich ein bisschen überrascht alles. Jetzt kommen wir aber zur Max Out Monday Folge. Ich habe es ja letzten Montag so gemacht, weil es kurz, also am Dienstag war der Raid-Wechsel, der Boss-Wechsel auf Giratina, dass wir mal eine Contra-Edition gemacht haben, dass wir mal zeigen, welche Pokémon sind besonders gut, um gegen Giratina zu kämpfen. Ihr habt das alles gesehen. Ich bin dann extra hier auf meine Go-Tool-App, ja, die ich immer wieder empfehlen kann, die Go-Tool-App. Wer die nicht hat, gönnt euch die Go-Tool-App. Das ist nicht der Sponsor von dem Video. Ich aktualisiere das auch nochmal ganz kurz, wird geladen. Das zeigt euch nämlich auch immer schön alle Raid-Bosse in der Stufe 1, also in den 1er-Raids, in den 3er-Raids, in den 5er-Raids, in den Mega-Raids. Ihr habt alle Feldforschungen am Start. Ihr habt die News zu den Community Days, die Eierlisten, ihr habt die Rocket-Rübel, sonst was. Aber ich möchte jetzt hier einfach nur zu den Raids. Wo ihr übrigens sehen könnt, dass ab 22. Oktober Mega-Ab-Soll in die Raids kommt. Moment. Ich glaube, mein Programm hat sich gerade verabschiedet. Moment. Moment. E-Power Mirror. Nochmal verbinden. Ich glaube, jeder andere würde das jetzt wahrscheinlich abbrechen und würde das Video einfach nochmal neu machen. Aber ich lasse mich hier nicht lumpen. Jetzt legt das wieder. Jetzt ist das wieder kaputt. Was ist das denn? Und wieso machen die das so? Ich verstehe das nicht. Das macht für mich gar keinen Sinn. Jetzt muss ich es gleich wieder verbinden. Ich glaube, es wäre vielleicht doch dann besser, das Video irgendwie neu zu machen, wenn das jetzt hier das Zähne mal abkapselt, äh, abkackt. So, wir sind jetzt wieder drin. Ich mach's wieder groß. Bester Tag heute. Mega-Ab-Soll auf jeden Fall. Ein Thema. Diesmal wechseln die Raid-Bose nämlich nicht am Dienstag. Diesmal wechseln die Raid-Bose am Freitag. Und weil das jetzt die letzte Max-Out-Munday-Folge ist, vor dem nächsten Raid-Bose-Wechsel, möchte ich jetzt eine, äh, ja, eigentlich eine Dark-Reihe-Conda-Edition machen, aber gleichzeitig eigentlich auch die Mega-Ab-Soll-Conda-Edition. Denn wenn ihr hier mal reinguckt, seht ihr, Mega-Ab-Soll ist sogar ganz gut schon mit einer Person machbar. Und hat auf jeden Fall viele Kampf-Pokémon als Konter. Kann als Shiny da sein. Und wenn wir auf Stufe 5 Raids gehen, Dark-Reihe erscheint ja auch dann ab Freitag 10 Uhr in den Raids. Und auch hier seht ihr viele Kampf-Pokémon. Ihr seht hier auch Feen-Pokémon. Und deswegen werden wir es machen wie beim letzten Mal. Ich kopiere mir einfach hier die Sekunderliste. Da steht ja Kopieren. Da drückt ihr drauf. Dann gehen wir wieder rüber in die App. Dann schließt sich natürlich die normale App. Gleichzeitig geht der Bildschirm auch wieder aus. Oh, das war ein Salbei-Bom-Bom. Dann fügen wir die ein. Und dann schauen wir uns mal an, welche von diesen Kontern gegen Absol und gegen Dark-Reihe wir noch pushen können. Vielleicht auf Level 50 direkt oder was wir da schon haben, was wir schon gepusht haben. Gehen also auf die Pokémon. Gehen hier hin. Hier ist die Zwischenablage. Jetzt habt ihr die ganzen Pokédex-Nummern da oben drin. Wir haben zum Beispiel Machomai. Machomai, sowieso habe ich immer gesagt, gönnt euch eine 100% Machomai-Armee. Eine 100% Machomai-Armee. Hier ist Machomai da auf Level 50 schon mit Konter-Wuchtschlag. Auch bestes Moveset natürlich. Konda, Wuchtschlag, Machomai. Sechser-Armee am Start. Das sind sechs Stück. Ich habe hier unten irgendwo... Kryptomachomai. Jetzt muss ich doch mal gucken, welches davon gut ist und welches nicht. Das ist 14, 13 irgendwas. Das ist, ich glaube ein 98er müsste doch irgendwo drin sein. Das ist ein 98er, genau. Und das ist ein 96er. Wir machen mal folgendes. Wir pushen einfach mal das 98er. Jetzt noch auf Level 50 als Kryptomachomai. Auf Level 50 375 Bonbons, 360 XL Bonbons. Der wird auf jeden Fall fett, der wird auf jeden Fall krass. Ich habe Krypto-Pokémon immer vernachlässigt, aber mittlerweile gucke ich auch, dass ich da ein paar hinbekomme. Konda-Kreuz-Hieb hat er hier drauf. Wir machen Kreuz-Hieb noch weg. Gucken, dass da auch wieder Wuchtschlag dabei ist. Kreuz-Hieb wäre für PvP an sich interessanter, sagen viele. So, Nahkampf. Wir wollen nicht Ramboss. Bei Level 50ern könnte man eigentlich sogar zwei Ladattacken drauf basteln. Das wäre auch fett. Und wieder Kreuz-Hieb. Und Wuchtschlag. Jetzt haben wir den da. Wir haben also einen Machomai. Hier ist Granbull. Granbull, Scham und Knirscher. Wie hoch kommt Granbull? Werden Granbull auch mal pushen auf Level 50? 2.885. Warum nicht? Ist ein Pokémon, was wahrscheinlich nicht so oft zum Einsatz kommt. Oder wo nicht viele Leute irgendwas mitmachen. Wir gucken mal, was der hier bekommt. Wenn wir Knirscher wegmachen und haben Knuddler. Scham und Knuddler. Ein reines Feen-Move-Set. Dürfte so reichen. Jetzt also auch gepusht. Auf Level 50. Hier ist noch... Ähm... Skaraborn. Der hat aber noch kein einziges XL-Bombon. Den müssen wir also so lassen. Auf Level 40 ist er trotzdem schon... Hier habt ihr Logok dabei. Logok. Feuerwirbel. Lohe Kanonade. Pushen wir auch mal auf Level 50. Mit 296 XL. Kommt auf 3.219. Mit Feuer und Kampf wäre also jetzt aber dann eigentlich sinnvoll, den auf Kampf umzurüsten. Aber ich glaube, da ich den ja trotzdem nicht verwende für den Kampf, lasse ich den erst mal auf Feuer. Und nutze in erster Linie meine Macho-Majame. Beziehungsweise vielleicht noch was anderes. Aber er wird erst mal mit gepusht. Jetzt haben wir hier ein God of War. Ähm... Synchro-Lärm. Zauberschein. Synchro-Lärm. Zauberschein. Wir nehmen mal das. Weil das ein Hunderter ist. Wir pushen das mal aufs Maximum. 3497. Hier würde ich jetzt eine neue Lade-Attacke noch beifügen. Synchro-Lärm nämlich drin lassen. Und... Psycho-Chinese noch umändern. Auch auf Zauberschein. 3497. Das sieht auch gut aus. Und haben wir noch ein zweites. Haben wir noch ein Galagladi irgendwo. Das müsste ja weiter unten kommen. Kapilz. Reicht nicht zum Mexen. Haryama. Können wir Mexen. Und Konda Wuchtschlag. Der kommt auf 3198. Nehmen wir den also noch mit. Könnte man ja, damit die Macho-Majamee nicht so langweilig aussieht, einen Haryama noch mitnehmen. Zur Abwechslung. Warum nicht? Hat auch seine Existenzberechtigung. Lucario. Ist auf Level 40. Ist aber leider kein Hunderter. Da warte ich ja, bis Mega-Lucario rauskommt. Dass wir da irgendwann mal vielleicht ein Hunderter-Riolu. Hunderter-Lucario bekommen. Und das auf jeden Fall dann Mega entwickeln. Das hochziehen. Das auf Level 50. Ich glaube, ich werde da auch so viele Mega-Lucario-Rates dann machen, bis das Hunderter ankommt. Toxic-Kack kann ich auch nicht auf 50 ziehen. Toge-Kiss ist schon auf 50. Sharma-Eroas-Flammenwurf. Würde ich wahrscheinlich trotzdem so lassen, wegen GBL und allem Flamby-Rex. Glut, Lohe-Kanonade reicht. Zieh mal so auch mal hoch, auch auf Level 50. Da hätte ich auch die Feuerstarter-Edition machen können und alle Feuerstarter hochziehen können. Ist auch Feuer-Kampf. Ist dasselbe im Prinzip wie beim Logok davor. Lasse ich aber trotzdem jetzt einfach mal auf Glut und Lohe-Kanonade. Dann haben wir noch Meistergriff übrig. Meistergriff ist ein... Das dürfte ein 98er sein, oder? 98. Da würde ich trotzdem das auf 40 lassen und keine XL-Bonbons verwenden, falls doch irgendwann nochmal ein Hunderter kommt. Dass man hier durch Tausch erhalten von der Killer 700. Dass wenn ein Hunderter mal da ist, man da die XLs drauf packt. Jetzt habe ich also das alles zusammen. Und wenn ich nach WP gucke, könnte ich hier mein Goddavor, ein paar Macho-Mai mitnehmen. Meistergriff. Boah. Und das gleiche könnt ihr theoretisch nehmen, auch für Absol. Giratina war jetzt eigentlich richtig easy. Müsste man sagen, Giratina war okay. War relativ leicht zu machen. Man konnte das sogar im Duo-Raid machen, ja. Darkrai wird wohl nicht im Duo gehen. Darkrai wird wohl vielleicht auch zu dritt nicht gehen. Außer für die Extrem-Hardcore-Spieler vielleicht. Das weiß ich nicht. Ich habe mich damit nicht auseinandergesetzt. Darkrai wird auf jeden Fall ein bisschen kniffliger, ein bisschen schwieriger. Aber eben wegen Unlicht und dem ganzen Zeug. Packt da einfach Kampf drauf. Schlagt einfach wild um euch. Irgendwann fällt es auch um. Das war es jetzt erstmal von Weiterseite. Wieder ein kleines Max-Out-Monday-Video in der Darkrai-Conda-Edition. Ihr habt ja gesehen, was Darkrai alles... Was Darkrai dann für Werte hat. Was Darkrai für Conda hat. Und ihr könnt mal reinschreiben. Habt ihr schon ein Darkrai? Habt ihr schon ein Shiny-Darkrai? Freut ihr euch auf Darkrai? Wieso bastle ich hier jetzt mein ganzes Zeug so auseinander? Egal. Mein Ziel wird wieder ein 100er Darkrai sein. Auf Level 50. Und dann kommt irgendwann die Max-Out-Monday-Folge, wo ich meine ganzen 100er Giratiner und das 100er Darkrai auf Level 50 ziehe. Das ist mein Ziel. Das war es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.